Skoda Octavia mit unserem Tunerrad Barakuda Tsunami Evo in der Größe 8,5 x 19 präsentiert von unserem Model Sabrina Doberstein. Tieferlegung mit einem ST Suspension Gewindefahrwerk an der Vorderachse 45 an der Hinterachse 35 mm. Barakuda Tsunami Evo Auro Tuning Wheel in der Dimension 8,5 x 19 präsentiert von unserem Model Sabrina Doberstein. 1,5 x 19 präsentiert von unserem Model Sabrina Doberstein Untertitelung des ZDF, 2020